Einen wundervollen guten Tag, willkommen zurück zu Express. Heute mit ein bisschen was Coolerem, was Fancyerem. Deswegen habe ich es hier auch mal als MyFancyExpressServer bezeichnet und startet ihn auch direkt mal. Wir haben hier nur noch ein paar wenige Routen, damit ich das Ganze ein bisschen übersichtlicher machen kann und die Public-Files und so weiter und so fort bleiben natürlich bestehen. Ich werde hier jetzt allerdings mal ganz kurz umwechseln wieder und HalloGetUsers oder HalloGetHome schreiben, damit wir hier auch tatsächlich das Ganze möglichst unabhängig haben. So, was wir jetzt hier machen wollen ist, wir wollen uns um Middleware kümmern. Middleware ist eigentlich genau das, was Express eigentlich insgesamt ist. Also Express macht nicht mehr als eine Middleware zu sein. Was das bedeutet ist folgendes. Wir haben ja hier dieses App.Get. Eine Middleware macht folgendes. Also wir haben ein Request und wir bekommen normalerweise eine Response. So, und also die Res im Endeffekt. Und wenn wir hier jetzt eine Middleware reinpacken, dann ist das genau hier. Also Middleware, Pfeil, Res. So, wunderbar. Und ja, was wir jetzt machen? Naja, wir schreiben die Middleware. Aber, das ist der große Punkt an der Stelle. Wir machen das schon die ganze Zeit. Denn, naja, wir haben bisher eine Variable bei diesem wunderschönen RecRes weggelassen. Und zwar Next. Und Next ist eine Next-Function-Variable. Die hat man normalerweise einfach drin. Manchmal benutzt man sie, manchmal benutzt man sie nicht. Und hier möchte ich mal ganz kurz ein kleines Beispiel machen. Und zwar, ich kann hier einfach sagen, App.Get. Auf Slash quasi. Also das Ganze läuft auf der Slash-Route. Und ich möchte hier jetzt ganz gerne folgendes machen. Ich möchte RecRes und Next drin haben. Und die sollen doch bitte mal folgendes tun für mich. Hier drin möchte ich jetzt meinen User Authenticaten. Also meinen User sozusagen, naja, verifizieren, dass der wirklich der ist, für den er sich ausgibt. Und das kann ich in meine Res-Objekte reinspeichern. Ihr erinnert euch, das ist quasi meine Response. Und mit der kann ich jetzt arbeiten. Das macht man häufig mit res.locals. Und wir sagen jetzt hier einfach, ähm, Validated ist gleich, oder Validated Users, äh, Users ist gleich Bob. Ja, nicht Box, sondern Bob. So, und das ist jetzt quasi unser User, der verifiziert ist. Was wir jetzt machen ist, wir schreiben uns hier einfach einen Console.log rein. Und, ähm, ich werde jetzt ein kleines bisschen umwandeln. Wir machen jetzt hier folgendes. Wir machen hier einmal, ähm, den, den Pfad hier rein. Also Console, wobei, nee, wir machen hier folgendes. Console.log und wir sagen hier res.locals.validatedusers. Und das ist das, was wir hier drin loggen wollen. Und, ähm, zusätzlich noch Users. So. Ähm, das wollen wir hier drin loggen. Und das kopiere ich mir jetzt einmal ganz kurz hierfür. So, also hier sagen wir natürlich nicht Users, sondern hier sagen wir Root. Und hier oben sagen wir Middleware. Denn das wird unsere Middleware. Also quasi ein, ein weiteres Ding. So, und wenn wir das jetzt mal, ah, das Console.log habe ich natürlich schon ausgeführt. Das sollte eigentlich unten drunter sein. So, und wenn wir das jetzt mal laufen lassen. Also hier mal einfach den Server starten, beziehungsweise nicht starten, sondern, äh, unseren, achso, unseren Fehler fixen. Hups. Ähm, genau. Wenn wir unseren Fehler mal fixen und dann hier mal auf die Homepage zugreifen, dann sehen wir hier, hm, das lädt nicht. Das, da, da stimmt irgendwas nicht. Warum lädt das ganze Ding nicht? Naja, ganz einfach. Wir versuchen ja hier mit einem Get-Befehl auf Slash zuzugreifen. Also auf die Route, die halt da für uns passt. Okay. Was das bedeutet ist im Endeffekt, wir versuchen als Webseite auf eine Ressource zuzugreifen, auf eine Response zuzugreifen, die Informationen beinhaltet, wie unsere Website aussehen soll. Wir geben hier allerdings nie was zurück. Und das kennen wir ja schon, das müssten wir über res.cent machen. Wir wollen aber jetzt nicht über res.cent das ganze Ding machen, sondern wir wollen ja eigentlich hier diesen Befehl aufrufen. Was jetzt allerdings Express macht, ist, es geht von oben nach unten durch und versucht, jedes einzelne, ähm, jede einzelne passende Route auszuwerten. Das heißt, wir versuchen erst die hier auszuwerten, dann die hier auszuwerten und so weiter und so fort. Aber wir hören auf, wenn wir keinen Next aufrufen und dazu ist dieses Next da. Das heißt, wir rufen hier in dem Fall jetzt einfach Slash auf und wir geben nichts zurück und unsere Webseite lädt halt einfach unendlich lange. Wenn wir jetzt allerdings wollen, dass sich einfach nur jemand authentifiziert und danach wollen wir die Webseite laden, also das ist quasi meine Authentifikation. Und das hier ist das Laden der Webseite. Dann kann ich das durchaus auch triggern und kann dir einfach sagen, jo, wenn du hier am Ende bist, dann ruf doch bitte Next auf. Und Express macht das komplett für uns. Express sagt, okay, dann nehme ich zuerst die hier, setze meine res.locals auf den Bob, der authentifizierter Nutzer ist. Und dann versuche ich hier die nächste passende Route auszuführen, was in dem Fall Slash wäre. Okay, das heißt, wenn wir hier das Ganze neu laden, dann haben wir hier Hallo Get Home. Und wenn wir jetzt mal ganz kurz in unsere Logs reingucken, dann sehen wir hier, Middleware sagt Bob ist authentifiziert. Dann sagt Route Bob ist authentifiziert und naja, ich habe es gerade neu geladen, deswegen haben wir hier zweimal die ganze Ausgabe. Das heißt, zuerst läuft unsere Middleware, zuerst läuft das Ding hier und danach läuft das da. Wir haben also sozusagen einen Befehl, eine Funktion sozusagen vorgeschalten und zwar vor unsere eigentliche Response, vor unser eigentliches Response Objekt, was wir hier gemacht haben. Jetzt könnten wir doch hier auch theoretisch Next aufrufen, wenn ich es treffen würde, das N. Wenn ich hier jetzt Next aufrufe, passiert folgendes. Wir kriegen immer noch nichts anderes. Das liegt einfach daran, dass nach, also dieses Next hier ist einfach leer, weil hier nach gibt es keine Funktionen mehr, die irgendwie passen. Hätte ich jetzt hier unten drunter noch irgendwelche anderen Funktionen, dann würde das durchaus auch funktionieren. Und ja, natürlich könnte ich dann noch zusätzliche Sachen laden, noch zusätzliche Dinge tun, noch zusätzliche Sachen berechnen. Zum Beispiel könnte ich hier meinen User authentifizieren. Dann könnte ich seine Eingabe verifizieren, dass die halt nicht böse ist. Dann könnte ich die Eingabe in die Datenbank schreiben und dann könnte ich das eigentliche Objekt erst zurückgeben. All das kann ich machen mit so vielen Funktionen, wie ich möchte, denn im Endeffekt ist das hier genau das, was wir hier gesagt haben. Also wir sagen hier, okay, dieses Next liefert mir einfach die nächste Funktion. Hier brauche ich das nicht mehr. Wenn ich kein Next aufrufe, dann ist es halt einfach, als gäbe es keine nächste Funktion mehr. Dann terminieren wir diese Quelle an Funktionen automatisch. So, und ja, jetzt im Endeffekt kann ich hier auch hergehen und kann sagen, ja gut, dann lagern wir doch mal das ganze Ding aus in eine extra Funktion, in eine extra Function und packen die hier so rein. Und wir nennen die jetzt einfach mal Authenticate User. So, braucht natürlich ein Rec-Objekt, ein Res-Objekt, ein Next-Objekt, ist aber in dem Fall eine ganz normale Funktion, keine anonyme Funktion und liefert mir genau das. Und hier kann ich jetzt ganz einfach Authenticated User eingeben und diese Funktion wird dann hier ausgeführt. Und so kann ich jetzt natürlich sehr, sehr komfortabel mein ganzes Leben mit Express sozusagen modularisieren. Ich kann hier sagen, hey, zunächst mal machst du das da, okay, dazu schreibe ich mir eine Funktion in irgendeine andere Datei, irgendwo anders hin, völlig egal wo und importiere die hier dann einfach. Und hier kann ich einfach sagen, ja gut, wenn es auf Slash ist, dann möchte ich, dass der User Authenticated ist. Wenn es auf Users ist, möchte ich das nicht. Wir machen das nochmal ganz kurz ein bisschen eingängiger, weil auf Slash, wie gesagt, Landingpage, da hat man normalerweise keine authentifizierten Nutzer. Aber ich kann jetzt hier zum Beispiel auf, nee, sagen wir einfach auf Users hingehen und sagen, hey, hier soll bitte mein User authentifiziert sein. Und wenn wir jetzt hier Home aufrufen, also die Root-Seite, ohne irgendwas, dann landen wir ja nur da, genau genommen. Und dann bekommen wir hier auch tatsächlich nur ein Root-Undefined. Root bedeutet, ja gut, wir sind hier auf dem Slash, das ist quasi unsere Route, ja. Und unser Wurzel sagt ja, res.locals.validated.user gibt es nicht. Ich habe keine validierten Nutzer, das existiert hier einfach nicht. Res.cent funktioniert natürlich trotzdem. Wenn ich jetzt allerdings auf Users gehe, auf Slash Users, dann habe ich hier natürlich meine Middleware, die da vorgeschalten wird und meinen User namens Bob, der dann eben authentifiziert wird. Und das merkt sich auch die Middleware. Und das weiß die dann tatsächlich auch. Ich kann also Authenticated Users einfach vorschalten, wo auch immer ich das vorschalten möchte. Ich kann das auch vor alles schalten, wenn ich das möchte. Wenn ich überall eine Authentifikation brauche, dann kann ich das machen. Ich kann es vor allem mit Users machen und so weiter und so fort. Ich kann quasi sagen, ey, schalt doch einfach bitte diese Funktion vor alles drüber. Und genau das möchte ich hiermit dann tatsächlich zeigen. Ja, und wie gesagt, ich kann hier so viele Funktionen reinhängen, wie ich das möchte. Das ist völlig egal, wie viele da sind. Was man haben sollte, also so kleine Randnotiz sozusagen. Erstmal natürlich die Aufbausachen, also die Requires, die App und so weiter. Und dann habt ihr hier eine Liste an, naja, an Funktionsaufrufen, an Middleware-Aufrufen, die keine Website zurückgeben. Die sollten dann als nächstes in eurem Server kommen. Und danach habt ihr einfach diese Sachen, die dann tatsächlich euch was zurückgeben. Übrigens, die kann ich selbstverständlich auch in eine Funktion auslagern. Das ist überhaupt kein Problem. Also ich kann hier eine Function schreiben und kann mir hier zum Beispiel, was war das? Die Root-Site, kann ich mir hier quasi reinpacken. So, und löscht das hier natürlich mal raus. So, und jetzt kann ich hier ganz einfach sagen, hey, ich möchte ganz gerne Root-Site hier drin aufrufen. Dann habe ich das auch in eine Funktion ausgelagert. Also hier kann ich mir wirklich alles in andere Dateien auslagern, in andere Sachen auslagern und kann hier ganz, ganz modular arbeiten, was sehr, sehr komfortabel ist. Okay, und ja, so kann ich hier auch sehr, sehr viele Middlewares vorschalten. Ähm, das ist im Endeffekt meine Middleware. Und genau genommen ist das hier auch eine Middleware. Aber, ähm, in dem Fall ist es, dadurch, dass wir ja kein Next aufrufen, sagen wir hier im Endeffekt, das, ähm, liefert mir einfach nur die Webseiten. Das heißt, das ist das Response, das eigentliche Response-Objekt, was ich hier tatsächlich dann auch sende. Also die eigentliche HTTP-Antwort, die ich haben möchte. Ähm, jetzt ganz kurze Sache hier an der Stelle noch. Es gibt hier nämlich einen kleinen, aber feinen Unterschied, warum man eigentlich selten App.get verwendet, sondern eher App.use. Ähm, und nicht übrigens App.all, wo wir gleich auf die Ähnlichkeiten kommen. App.use kennt ihr schon von dem Express-Server, den ich übrigens benutzt habe, um hier quasi meine Basis nicht neu schreiben zu müssen. Ähm, App.use haben wir hier genutzt, um einfach nur statische Dateien zu liefern. Kann man aber auch genau so benutzen. App.use ist wahnsinnig, zum Verwechseln ähnlich mit App.all. Ähm, es ist quasi genau dasselbe. Das zeige ich euch mal ganz kurz. Und zwar, ähm, wenn wir hier App.use slash machen und App.all slash und ich einmal hier ganz kurz Authenticate auch noch hinten dran hänge, ist quasi genau dasselbe. Also, nur mal kurz zum Illustrieren, ja. Ähm, wenn ich hier App.all mit slash mache und ich rufe meine Website hier auf, so, ja, dann bekomme ich hier in meinen Logs tatsächlich, Middleware sagt Bob, Root sagt Bob. Ähm, App.all sagt einfach nur, es ist egal, welche HTTP-Methode wir hier verwenden. Wir wollen immer Authenticate-User ausdrücken. So, und wenn ich jetzt App.use mache, was ändert sich dann? Naja, schauen wir doch mal. Dann führe ich das hier mal aus und bekomme genau dieselbe Ausgabe. Genau dieselbe. Jetzt ist hier allerdings ein kleiner Detailteufel noch im Werk, warum wir eher App.use anstatt App.all für Middleware benutzen. Für Routen völlig anderes Thema, aber für die eigentliche Middleware benutzen wir eher App.use und das hat den folgenden Grund. Wenn wir jetzt uns mal ganz kurz angucken, wenn ich auf Slash, ähm, Users gehe, dann landen wir ja hier auf Users und, ähm, wenn ich App.use habe, dann weiß meine Users-Middleware auch, dass Bob authentifiziert ist. Wenn ich jetzt App.all mache und das auf den Slash mache, dann weiß natürlich meine Middleware, ähm, anstelle, ähm, an der Users-Seite nicht, dass Bob authentifiziert ist. Denn die Middleware läuft ja gar nicht. Die Middleware läuft ja nur, wenn es genau auf Slash läuft. So, das heißt, der große Unterschied hierbei zwischen App.use und App.all ist im Endeffekt, Use nimmt alles, was das hier matcht und alles, was danach kommt. Das heißt, egal ob ich jetzt hier das da reinschreibe, alles dabei, ja, mit App.use alles dabei, wenn ich hier den Slash angebe. Alle Unterseiten sind genutzt. Mit App.all funktioniert das nicht. Mit App.all wäre das das Äquivalent, um alles zu verwenden. Auch das kann ich machen, wenn ich das möchte. Ähm, aber, ja, es ist nicht ganz so praktisch, weil man hier nicht genau alles sehen kann. In App.all kann ich tatsächlich auch, ähm, mit Regex arbeiten, wenn ich das möchte. Aber tatsächlich ist das eher für App.use sinnvoll. Ähm, weil ich hier eben einfach sage, hey, ähm, wenn das Ding eben genutzt werden soll, dann soll es wahrscheinlich auch auf allen Unterseiten genutzt werden. Das heißt, wenn ich hier quasi App.use users und dann hier Bob oder sowas habe, dann habe ich hier tatsächlich auch meinen authentifizierten Bob-Nutzer. Hier oben müsste ich dann hingehen und sagen Slash users Slash, ähm, Slash all. Das wäre hier zum Beispiel einfach auch eine Möglichkeit, ähm, um hier drauf zu kommen. Ähm, aber im Normalfall möchte man ja sowieso jedes Unterverzeichnis haben, wenn man eben eine Middleware hat. Aber grundsätzlich, ihr könnt App.all, App.get benutzen, wenn ihr nur Get-Requests wollt. Oder eben App.use. Ich benutze meistens für Middleware eher App.use anstatt App.all. Okay, ähm, ja, das war jetzt ein bisschen mehr in die Details, aber ich hoffe, das hat euch nicht gestört und es, ähm, ja, hat euch auch Spaß gemacht soweit. Ähm, deswegen, ich mache den Teil hier jetzt mal raus. Benutzt am besten einfach App.use. In den meisten Fällen für die Middleware ist ja sowieso egal, was für ein Get-Request das, also außer wenn ihr, ähm, das Ganze extrem effizient programmieren müsst, dann vielleicht nicht. Aber in den meisten Fällen ist ja völlig egal, ob das jetzt hier ein Post, ein Get oder was auch immer das ist. Im Normalfall wollt ihr ja, dass, wenn jemand auf die User-Seite zugreift, egal ob er seinen User aktualisiert, egal ob er sich als neuer User registriert oder sowas, dass er dann zumindest mal authentifiziert sein müsste. Ähm, oder wenn er irgendwelche Änderungen vornimmt oder irgendwelche neuen Sachen reinpostet oder sowas. Ähm, also dann möchte man ja normalerweise so oder so, dass der User authentifiziert ist oder was auch immer man eben da reinschreibt. Dementsprechend macht es meistens eher Sinn, Use zu nutzen. So, langer Monolog. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wir hören uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Ciao.